Der vor zwei Wochen verschobene Prozess gegen die vier Angeklagten, die beim Erntefest in Bad Soden-Allendorf eine Schlägerei angezettelt haben, soll nach eigenen Angaben eine Auftragstat gewesen sein. Die zwischen 22 und 35 Jahre alten Angeklagten erklärten, sie hätten für diesen brutalen Überfall 5000 Euro erhalten. Mit Drogen und Alkohol habe man sich die nötige aggressive Stimmung geholt. Nach Angaben von Oberstaatsanwältin Andrea Bösken gingen am Morgen des 18. August 2008 die Angeklagten ziellos auf mindestens 13 Festbesucher los und schlugen mit Fäusten und Schlagstöcken auf die Menschen ein. Während ein Angeklagter von einem Rachefeldzug gegen einen Bekannten wegen eines ausstehenden Arbeitsgerichtsprozesses sprach, erklärten zwei andere Angeklagte, man wolle dem Veranstalter schaden aus Rache für einen angeblich sexuellen Missbrauch. Wer hier wen missbraucht haben soll, blieb jedoch unklar. Der Veranstalter Stefan Lauer und Präsident des Ernteausschusses war völlig überrascht über diese Anschuldigung und wies die Vorwürfe entschieden zurück. Insgesamt 29 Zeugen wurden zum Prozess geladen. Das Urteil wird noch Ende Juni erwartet.